ich habe mal sicher selber aufnahme gedrückt mal gucken was jetzt passiert also ich habe jetzt ich habe jetzt 900.000 für den aber leute wenn ihr ein steinhof fahrt so quer dann kippt er um ne jürgen ist das schild das müsst ihr euch verinnerlichen wäre das nicht lustig wenn wir jetzt alle umkippen würden ihr sollt jetzt zeuge werden tatsächlich wer sackt denn eigentlich an oh es fahren die lights auf dem hill was für lights welcher light ich habe nicht gesagt in der mitte aufstellen und abfahren wir bleiben unten und schauen was passiert in richtung wasser dann fahr mal richtung a1 a2 ein bald hinten rein die schnellen auf dem hill drehen um und stecken uns mal im wald was die schnellen ich bin italiener fahrt nicht gegen die häuser ihr bleibt stehen ich kann nicht mal die hütte zerschießen was ist das eigentlich der 4 tp ist das drusse oder poli 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 transmis poli poli musisch Wollen wir jetzt auf dem Hill oder nicht? Ich glaub die fahren alleine, lass mal den Tier 1 da oben stehen und... Ne ne ne, alleine fahr ich da nicht hoch. Boah, aber die werden, glaub ich, alle da hinfahren, ne? Tatsächlich. Einer auf geht's, warte doch mal. Wenn sie alle hinfahren, ziehen wir uns zurück. Fahr den Baum hoch, da kannst du dich verstecken. Du stirbst! Dann schießt man den Panzer nicht mehr, schießt die Kugelkanone sonst wohin. Achtung, ich hab nen Spaten dabei. Bist du Spaten? Klappspaten! Ich hab nen ganzen Spaten, der Klappspaten war zu teuer. Scheiße. Der war damals noch nicht in. Das Schöne ist, du hast überhaupt keine Redkips dabei, ne? Ja. Hier wird 1 zu 1 gespielt, Mann gegen Mann. Weißt du, das musst du dir mal vorstellen, die Panzer an dem du grad hockst, der ist so alt, dass es noch nicht mal nen Klappspaten gab. Na, hör mal. Na, hör mal. Achtung, der nächste kommt hier, bei mir. Ne, der nächste, oh, der ist so. Hat aber Glück gehabt. Ihr müsstet mal hier zum Wasser aufkommen. Hä, was sind sie denn? Da, da stehen sie alle. Die Pussis. Ich seh gar nix. Boah, ey. Ihr seht nix. Die stehen doch hier alle. Oh, dann zeig doch mal an, wo. Die sind zu weit weg. Achtung, jetzt werde ich gepusht. Da gehen sie auf. Ich würd mal sagen, euer Funkgerät ist kaputt, hä? Nach so weit hab ich überhaupt kein Funkgerät. Das ist ein Funkgerät, Alter. Wie, Funkgerät? Jetzt bin ich kaputt. Nee, ich hab so ein Morse-Kabel, was ich hinter mir herziehe. Ich bin kaputt. Am Wasser kommen die lang. Kommt wieder zurück, kommt wieder zurück. Auf geht's. Puh, ich komm. Ja, wenn die da rumfahren, dann fahren wir hier rum. Das heizt ja zu langsam. Muss bloß mit dem Artigler umpassen, dass wir ihn nicht kriegen. Wir haben ja schon zwei Tote. Ja, ja. Ja, weil hier doch wirklich hell nur einen. Wieso, die haben zwei Tote. Wir haben nur einen. Ja, kommt ja keiner zur Hilfe hier, Mann. Ja, ich brauche ein bisschen länger. Mit Italien ist es nicht so schnell. Ja, ich hab gedacht, mal rückwärts. Ich muss ja noch Pizza machen. Da war was, da war was. Pizza Margherita. Mein Ziedel. Mein kleiner Italiener ist nicht so schnell. Der kriegt die Ärger. Guck mal, da ist schon der Nissen tot von uns. Ja, ich muss das Artigschlag setzen scheiße. Jetzt seht ihr das Wasser. Liegen wir mal. Ja, ihr da hinten mitfahren, gell? Bisschen. Firefly. Konnt ihr nicht mal einen Artigschlag setzen? Du, ich hab Vollspeed in meinem Fiat. Achtung. Guck mal an. Der L-Trakter ist schon hier die Rakete, ne? Ja. Oh man, 4-2. Stehen die alle im Häuschen hier, oder was? Die Schweine. Oh ja. Ja. Keine Ahnung, wir haben's auch drauf. Wenn's gewusst hätten, dass ich der Artigschlag hab. Das ist gemein. Oh Gott. Treff ich den? Hey! Äh. Hä? Die sich das ausschaut, wenn man die Panzer von außen anschaut. Ne. Todzeit macht mich was. Ich weiß, wie ich nicht trau. Amanda, links von dir. Rechts von dir, Brian. Ja, 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 ja. Ach Mensch. Nichts. Wo ist er denn? Brian, schieß mal gerade. Geht doch. Ach, hau da ab, ey. Schon wieder die scheiß Kette gezogen. Arschgeigen. Hör da ab, du schieß mal. Bist du behindert? Oh mein Gott, die pushen. Sieben vier, oh. Hey, wieso? Ja, ich eskalier gerade. Hä? D1, Rückzug. BAM! Warthog. Hanna, Thorsten, zieh dich zurück. Na, kommt nicht mehr zurück. Überlebe! Yay! Los, und jetzt. Oh oh. Die Kumpel. Wir werden alle sterben. Heute ist es soweit. Oh, Kvokato. Der hat den Panzer gemacht, dass du so gut triffst. Er hat ihn gecheatet. Pssst. Gibt es eigentlich Goldpanzer, also hier, Premiumpanzer auf 1? Nein. Ne. Jetzt weiß ich, was fehlt. Ups. Die ganzen Goldpanzer-Spieler, ne? Ich hab schon 118 Damage. Sieh mal zurück, ey. Oh. Jetzt steh ich ganz alleine hier, das ist nicht gut. Das gefällt mir aber nicht. Weben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit, so das scheiße. Ach, jetzt bleibt doch stehen für... Oh mon die. Rechts, Neux. Und ohne Technik. Ach scheiße, wo gehen die Schüsse hin? In Wasser. In Wasser stehen. Ja, da kommt die S-Bahn, wa? Wo will die? Gütert. Komm, der hat noch 12. Ja, weg. Was wäre ein Scheiß? Das ist so blöd, dass die wieder gut ist. Das Gefährd geht echt länger, ne? Leute, wir haben doppelt so viel HP-Vg. Also bitteschön, macht jetzt was raus. Da steht noch ein Dingsprops, äh, Medium, Medium da. Die müssen nachrücken. Die war's bei uns in der Base, dann bitte nachrücken. Genau. Der hängt da. Da ist noch ein TP-4. Äh, 4 TP. Ja, macht nix. Das müsste gehen. Habt ihr gesehen? Das war Fokus vorher. Komm. Auf Spack. Ja, ich bin in Topform gerade. Ich hab Spack getötet, ihr Schweine. Blatt-Tum-Blatt. Ich hol mir den 4 TP, der geht mir auf den Sack. Ah, so sieht also der Arti-Schlag aus, wenn man eins ist. Ist das der Crusader? Mann, ich hab echt den Arti-Schlag getriegt, ja. Warte, Mann, wie ist der Crusader? Das ist ein Cruiser, ist egal. Ach, ein HP hat er noch. Nochmal bitte. Nicht der Cruiser. So, mein kleiner Freund. Geht mal los, geht mal los, fahrt drauf zu. Ihr seid doch voll Hupa. Äh, HP. Der Pfeierpflanz. Platoon, warte mal, ich komm. Ja. Aua! Nein, doch nicht. Aua! Scheiße. Wapp. Was? Leute. Seid blöd mal. Können wir Unterstützung kriegen, danke. Wie lange soll ich den noch unterstützen, ey? Ja. So, hau den 4 NTP raus, 26 nach links. Ach, nö, jetzt ist doch, ist doch gut, hey. Einer hat links, vier hat links, vier hat links. Ja, ja, ja. Durchs Fenster, pass auf, der schießt durchs Fenster. Ätsch, du Arsch. Oh, 3, eine Minute ab, da. 50 Sekunden. So, einer steht noch da, einer muss da hinten, hier noch stehen. Aua! Du bist doch, warum bist du nicht vorgefahren? Ah, au. Ah, ah, pass mal, guck mal hier, da. Da, da. Ah, da. oh ist das spannend ich hab die murmel fliegen sehen das ist dann das für ein schrott hier nein du fährst nicht hinter das haus so ein scheiß boah hat der noch voll live hier der division, division, boah du ehrlich oh der baum ist umgefallen, hast du gesehen? ich habe es vor drei minuten gecallt dass die nachvollziehen Leute die haben mehr hp wie wir wieso haben die denn nichts mehr hp, ey wollte ich mich verarschen unentschieden wir haben 19 hp mehr das ist ja unfassbar, du kannst ja rechnen was ist denn mit dem 40 tp, ist der gut oder was? tp hier, das zeigst du eh dann an habt ihr gedacht die können sniper mit der gurkenkiste da hinten oder was? also ich hab gesnipert ja, was willst denn du? hast du was getroffen, lass uns mal gucken gehen natürlich, guck mal ich bin Platz 2 vom Schaden ey ey wir sind im angriff, das ist gut ich werd bekloppt ey ich werd bekloppt, ja der vierte trifft wo ist er denn, der cruiser, ah da unten wir rudeln alle mal da so hin warte mal ich guck mal ob ich hier noch ne 1000% crew oder sowas habe einmal mit Profis wie lange hab ich Zeit? eine Minute ok, ich hoffe ich also ich hol mal schnell vom 10er-Panzer-Dief das war umschulen ich wollte für 300 Gold, ah ne der hat ja nur 2 drin also nein, mach ich natürlich nicht hey Hensi, wo warst du eigentlich? er ist fortgefahren am Schluss, der hat euch Licht gemacht wann bist du gestorben? als Drittnetschter, du passt aber echt gut aus ja für mich haben sie ja nicht den Arti-Schlag rausgemacht ja wie denn, die haben einfach überlebt, das war das wichtigste Baby-Schlag ich glaub den Arti-Schlag hab ich alleine hingekriegt, ne? Firefly? naja, reicht doch oh, kurz mal ne Aufnahmepause ja Alter, wird's doch dreckig und weiter geht die große Fahrt äh, Brian ne SSD, äh, Festplatte äh, 250 GB, was kostet die ungefähr? wieso brauchst du das mich jetzt? weil du und ich mit Computer keinen aufkommst scheiße äh wo stellen wir uns auf? wir werden schon wieder hinten verbunkert, ihr Entwurf jetzt hab ich ein Magazin äh, von Samsung kriegst du die so für die 45 Euro nein, aufpassen, bitte danke wo stellen wir uns auf? ich hab nix mit da vorne, nicht wieder an der Redline, Monsieur wir müssen dürfen ich weiß nicht von der Seite wir müssen angreifen, also mitten durchs Wasser ja, so jetzt auch nix oh man was denn jetzt? ich hab schon nix mit gesucht der Traktor schießt da nicht die ganze Zeit so viel hin da drauf mal gucken, wo sie auf dem drauf was ich hab den Zaun vor mir weggeschossen, damit ich schnell durchfahren guck wow, wie Profi wer steht denn da bei uns im Nager da eigentlich? Alter, du weißt aber schon, dass deine Waffe auch einen Rückstoß hat, ne? oder einen Rückstoß, ne? man sieht doch sowieso nix jemand darf, muss seine Kiste abziehen ich kann höchstens bis hier gucken, ey oder was ist doch scheiße ich mein nur, wenn du vorwärts den Zaun abschießt, damit du schneller vorwärts kommst hast du mal dran gedacht, dass die Kanone dich wieder zurückdrückt? das ist ein Einser-Panzer das ist ein Einser-Panzer Entschuldige, ne? ey, jetzt hat da echt einer einen Baum umgeschmissen und dann landen wir in die falsche Richtung so, jetzt fahr ich mal da an das Gebüsch jetzt mach alles auf, was da ey, bloß nicht pinkeln, gell? oh, da ist was ich darf bloß nicht schießen einähmen, Leute, einähmen und hoch als ob das eine Rolle spielt das macht einen riesen Wumms, aber es passiert nicht viel ach, jetzt drüff halt hey kein Schuss hat jetzt raus das knallt bei mir immer zweimal pro Schuss das ist ja Doppelfeuer, kennst du das, ne? eigenartig, ne? ja, voll komisch oh, da kommt was ist denn da verreckt? oh, hier unten ein Bum, weil ich hier, ähm, ne Kölfe hau ah, da unten wie geht denn? oh, meine Lampe geht nicht wie, welche Lampe, ey? da unten ist einer sehr nah, da ist es unangenehm ach, den habt ihr auch schon gemerkt ey, der schaut bitte auf mich boah, die Schlaß, raus von dem habt ihr gehört? Artigschlag ist raus haben wir auch sowas wie ein Artigschlag? ja, aber der wird immer durchschroßen, der Panzer mit dem Artigschlag äh, ich hab irgendein von Benzern da, wo er selbst gemacht wird bei zwei Junge hehehe ja, das nimmt man Fokusfeuer, Mädels aber ich glaub da ist noch was ja, nehm schon mal mit ja, nehm schon mal mit kein Problem kurz mitnehmen, sagt vorhin stellen Sie mal eine andere zu meinem Frank hin da macht die anderen auch oben am Berg da haben wir bewachen das Fuck wie geht das? ich hol' dich tot hier ist hier, Mädels, habt ihr hübschfach Was sieht das denn am Bahn aus? Das ist wahrscheinlich ein Steinschlossgeher, was ich drauf hab hier. Oben auf dem Hüll da. Hä? Auf dem Hüll. Da stehen jede Menge da, habe ich von allen Seiten bekommen. Von allen Seiten und du lebst noch. Ja komm, wir können halt die Wasserseite rushen, wenn ihr wollt. Aber wir müssten jetzt mal starten. Wir sind so langsam. Ja, dann rushen wir halt. Ja, also komm, wir fahren die Wasserseite. Ich will bloß nicht vorfahren, weil ich hab bloß nur 160 gleich und einen AT-Schlag. Kann das einer wegmachen? Bekettet ist er schon mal. Komm, hier lang. Jetzt ist er nicht mehr sichtbar, so ein Scheiß. Ah, da ist er doch. Der andere. Ziemlich riskant hinzufahren, aber wenn du meinst. Da hat er sich hinterm Haus versteckt. Das ist Oschloch. Wollt man nicht die Wasserseite fahren? Ja, aber es ist keiner mitkommen. Irgendwie fühle ich mich einsam. Wollen wir jetzt warten oder nicht? Komm, Intercept. Wir fahren die Wasserseite. Die Seite meinst du denn? Ja, links von den Schienen. Ups, ich hab einen Baum. Ja, ja, jawohl. Auf beiden Seiten ist links von den Schienen. Scheißegal. Du wirst schon Sveni im Wahn liegen, weil dein Panzer jetzt schrottet bei so einem riesen Baum. Ja. Lass uns jetzt einfach mal vor. Was schlafen wir denn hinten ein? Wasserseite, rückt vor. Da ist einer. Einmal hier vor. Drück mal hier drüben ein bisschen. Ja. Nein! Ich bleib beim Berg hochfahren fast stehen. Ja, dann musst du halt wieder runterfahren. Kommt noch fünf Minuten. Startet die Maschinen. Oh. Oh, geil. Gleit zwei rausgenommen. Sehr schön. Kann ich wenigstens beruhigt mit vorfahren. Also wir sind schon auf K7 gleich. Wasserseite. Drück mal drüben weiter. Gibt's nicht so an. Ja, aber das ist so. Hey! Ab mich nicht, ja? T1, wenn die hinten mit rücken. Nicht hinten stehen bleiben. Ich bin am Nachladen. Immer an diese Breien daher, weißt du. Wir müssen jetzt mit Koordinaten arbeiten. K6. Wir machen ein bisschen leiser und definierter hier sein. Alter, das ist ja krank. Wir sind alle krank. Willkommen im Club. Hey! Wisst ihr, wie ihr schneller fahren könnt? Nehmt den Cruiser in den Arsch. K6 meint, dass ihr vielleicht Cross Shots hier mit auf die Mitte kriegt. Die müssen raus. So. Oh la la. Wir hören uns jetzt J4. J4 ist sauber. Ich hab alles unter Kontrolle von hinten. Ja. 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 Ich beeil mich ja mal im scheiß Fiat. Der Cruiser. Oh. Nachladen. User disconnected from your channel. Italiener, ausreichende Technik, ja? Ey, du. Ich war im Nachladen. Das ist der Leichtstruktur. Das ist meiner. Kommt, und jetzt will ich das gewinnen sehen. Das mit dem Ferrari kam halt erst später bei den Italienern. Nein! Nein! Ich steck weg! Aber ich muss auf jeden Fall dem Panzer dauernd. Du musst das Gummi geben, weil das schaffen wir bloß nur durch das Kettnis. So, wir sind auf K3 gleich. Alle Gas, alle Gas. Ja, 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 ja. Hallo mein Freund. Auto-Aim regelt. Das sind ja die letzten. Ah. Die letzten zwei. Hallo, ist du alleine? Und jetzt will ich dich... In der Zugtower vier! Ich will dich platzen sehen. Boah. Da fahr ich mich nun mal in den Daikon. Der Cruiser. Schön. Und der letzte noch. Siebenrichtig. Er stand so alleine in der Ecke. Weg, 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 weg. Schöne Ding. Nice. Das mit einem weniger. Na! Ihr wisst schon, wenn ein Wunder jetzt nicht gewinnt, dann der kriegt dieses neue Arti. So, Leute. Ich glaube... Auch die Legionäre? Stoppen die Aufnahme. Ihr habt's gesehen. Es ist kein April-Sherz. Es hat wirklich stattgefunden. Oh, geil! Geil! Die Überlegenheit von 12 GB wieder zeigt. Ciao, ciao, Kakao! Ja! Ja!